Der ist echt? Okay. Wir töten trotzdem auch die anderen. Ja! Eine Fee, endlich mal ein bisschen Leben. In diesem Dungeon bekommt man einfach keine Herzen. Wunderbar. Okay, sehen wir mal nach. Ob wir hier auch was bekommen? Na, ein bisschen was. So, jetzt hätte ich hier den Schlüssel. Ich möchte hier aber tatsächlich noch nicht weit... Oh, möchte ich hier weiter? Nein, ich glaube, ich habe hier keine Lust. Wir bekommen hier wahrscheinlich die bessere Greifenfeder, Leute. So viel, wie wir hier springen müssten. Erwischt! Hm, naja. Au! Nein, nein, nein! Nicht wieder runter! Au! Au! Gibt es da eigentlich da oben noch etwas? Ah, das ist der. Okay. Das ist interessant, Leute. Hier ist ein Totenkopf. Hier fehlt ein bisschen was vom Totenkopf. Und hier fehlt wieder ein bisschen mehr. Ja. Ich muss erst die Gegner besiegen. Ist das bitter. Ja. 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 Na, nein! Nein! Ist das bitte? Wie war das jetzt so? So. Okay, jetzt kommen wir wieder rein. Ich sehe die anderen Fledermäuse nicht, Leute. Mindestens eine gibt es noch. Oh, nein. Auf einmal hat er angefangen zurückzukommen. Und hat er aufgehört, meiner Steuerung zu folgen. Wodurch ich meinen Charakter bewegt habe. Au, au, au. Geschafft, Leute. Du erhältst den greifenden Mantel. Halte den Knopf gedrückt. Um besonders weit zu springen. Ah. Ein. Okay, also locker vier Felder, Leute. Locker. Ist das schön. Das ist eine Töne. ... ... ... ... ... ... Würde er es da rüber schaffen? Wir versuchen es mal, Leute. Wobei, wir können ja. Der ist an. Hat das hier. Nein. Hat funktioniert, Leute. Wow. Jetzt haben wir halt einfach die Brücke darüber. Es wäre wahrscheinlich viel einfacher gewesen, als ich es hätte machen müssen. Okay, wir warten mal, Leute. Bis hier alle weg sind. Nein. 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 Okay, wir kontrollieren mal die Wände links. Nein. Dann gebe ich weiter. Man könnte ja mal ein Herz bekommen, Leute. Eindlich! Eine Fee! Okay, Leute. Das funktioniert so anscheinend nicht. Hat gerade noch funktioniert. Und dann kommen wir jetzt hier weiter. Der Miniboss! Wir treffen uns erneut! Wirst du unseren Bann brechen können oder zerbricht er dich? Die Zeit wird es zeigen! Ja, dieser Kampf wird es zeigen. Oh, ist das fies! Oh, ist das... Okay, ich muss die Fackeln an... ...behalten. Okay, habe ich auf diesem Stockwerk noch irgendwas zu tun? Nur das rechts. Da komme ich noch nicht hin. Da würde ich da wahrscheinlich hinkommen. Das heißt, ich muss jetzt den ganzen Weg nochmal gehen? Nein! 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 Das ist der echte... Mal sehen, ob wir wieder eine Fee bekommen, Leute. Kann ich die auch so vernichten? Nein! 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 Mal sehen, was wir hier kriegen! Leider nicht viel! Halt! Da muss ich ja weiter! Nein! 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 Oh nein, jetzt sitzen wieder alle da! Nein! Das sind alles! Das ist so! Das ist so... Ja, immer wieder ein bisschen zu weit zurück Okay, ich brauche ja hier Leben Ich hab Ich glaube, gleich bin ich wieder weg Geh mir mal kurz hier hoch Ein Herz Nein, nicht das, das da Gute das eine Fee sein Naja, wenigstens ein Herz Was haben wir jetzt hier darunter? Nichts Kanonkern Duftkerne Bomben Eine Fee wäre schön Rubine Ja Danke Endlich Okay Nein, nicht schon wieder Jetzt zu weit Oh Mann, ich habe eine Idee, wie ich es besser bekomme Genau, einfach sofort springen Ach, wieder da So, muss ich das jetzt nochmal machen, oder? Ja Ja Wenigstens ein paar Krüge bekommen wir Ja Ja Und nochmal eine Ja, super Mit Pegasus Kern kann man wahrscheinlich sogar noch weiter fliegen, Leute Deswegen bekommen wir die hier Aber das muss auch so reichen Ja Ja Nein Es ist verdammt Okay, Leute Ich habe jetzt keine Lust mehr Wir machen jetzt folgendes Oh nein Dann komme ich hier nicht mehr einfach hin Egal Ich mache das jetzt Wir holen uns jetzt wieder eine Magieflasche Hier Es war einfach total blöd Dass ich die irgendwann verloren habe Ich bin einfach ein Typ, der verbraucht zu viele Herzen Moment mal Es ist gar nicht Winter Ich möchte doch Winter haben Ja Ich kann es euch einfach sein Aberऊ Ich kann es mir überraschen Ich kann nieder Ich kann es dir Ein So, und dann müssen wir jetzt halt den da hier wieder benutzen. Wow, jetzt kommt hier Warta. Wenn sie uns jetzt den Trank wegnimmt, Leute, dann kriege ich die Krise. Wir hätten jetzt einen zweiten haben können. Andersrum, wir hätten jetzt tatsächlich einen haben können. Das heißt, ich hätte jetzt fast umsetzt, sonst Geld ausgegeben. So. Na? Da ist eine Truhe. Die holen wir uns, Leute. Jetzt gleich noch. Ein Ring. Ein Ring. Ein Ring. Ein Ring. So, wir holen uns jetzt so viele Herzen wie möglich, Leute. Denn offenbar brauche ich die, ja? Wow. Waren nicht etwa immer so viele Herzen? Na ja, Leute. Wir haben einen Trank und wir sind voll an Herzen. Dann können wir ja jetzt genüsslich den Miniboss besiegen, hoffe ich. Okay.